Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial auf meinem Kanal. Mein Name ist Leo und heute möchte ich dir die Listenformate in Google Docs vorstellen. Wenn du keine neuen Tutorials mehr verpassen möchtest, abonniere meinen Kanal. Dort findest du auch viele weitere Videos über Google Docs, Google Sheets und Google Slides. Und los geht's wie immer nach dem Intro. Viel Spaß! In Google Docs könnt ihr natürlich auch Listen erstellen. Das heißt, dass automatisch erstens, zweitens, drittens oder A, B, C vor eurer Liste steht. Das Ganze findet ihr, wenn ihr dann eure Punkte für die Liste auswählt, findet ihr oben im Schnellmenü unter dem Punkt einmal Aufzählungsliste und einmal Nummerierte Liste. Und hier habt ihr natürlich auch zum Beispiel die Möglichkeit, einfach drauf zu klicken und dann wird das Ganze hier nummeriert mit erstens, zweitens und so weiter, eben bis Punkt 15. Da habe ich hier die Zahlen einmal alle in Worten aufgeschrieben. Und wenn ihr das Ganze jetzt einmal markiert mit dem Cursor und dann auf das Menü Format geht und auf den Punkt Aufzählungszeichen und Nummerierung, gibt es hier den Punkt Listenformate. Das heißt, hier könnt ihr euer Listenformat sozusagen noch individualisieren und einstellen. Hier haben wir zum Beispiel die 1. Das ist dann eben die Aufzählung mit Zahlen. Hier haben wir A. Da werden es dann eben Großbuchstaben, die ihr verwenden könntet. Aber wir haben hier auch kleine Buchstaben, das große I, also quasi römische Zahlen, die wir hier verwenden könnten, damit das Ganze eben aufgezählt wird. Und wir haben hier nicht nur die Möglichkeit, eben wirkliche Aufzählungen in Form von Zahlen zu machen, sondern wir können hier auch eben die Stichpunkte verwenden, dass das eben dann die entsprechenden Aufzählungszeichen sind. Aber ihr habt hier auch die Möglichkeit, auf die Checkbox zu klicken. Dann habt ihr automatisch eine Checkliste, die ihr in eurem Dokument stehen habt. Aber ihr könnt hier halt auch verschiedene andere Zeichen benutzen. Oh, jetzt habe ich auf die Checkliste geklickt. Dann haben wir automatisch eine Checkliste. Das mache ich einmal wieder rückgängig. Und wenn wir dann auf Format und Aufzählungszeichen gehen, haben wir auch die Möglichkeit, hier den Punkt weitere Aufzählungszeichen zu verwenden. Und dort haben wir dann wirklich die Möglichkeit zu sagen, okay, wir können hier jedes Sonderzeichen einfügen, was es gibt. Also alle möglichen Sonderzeichen, die Google Docs zur Verfügung stellt, könnten wir hier verwenden. Und wie ihr wisst, können wir ja hier auch zeichnen. Und das heißt, wir können hier versuchen, ein Copyright-Symbol zu nehmen. Und dann können wir das Copyright-Zeichen auswählen. Und schon hat jeder Eintrag in unserer Liste als Anführungszeichen sozusagen das Copyright-Zeichen. Finde ich auch relativ witzig, dass man das einstellen kann. Und bietet halt echt einen hohen Grad an Individualität für eure Dokumente. Aber wenn wir das Ganze jetzt einmal wieder auf Listenzeichen umstellen, zum Beispiel auf die ganz normalen Zahlen und dann eben hier auf das Format und Aufzählungszeichen und Nummerierung gehen, haben wir hier auch die Möglichkeit zu sagen, dass wir das Präfix und Suffix bearbeiten. Das heißt, wir könnten hier in diesem Dialog, der sich dann öffnet, könnten wir einmal noch den Text vor der Zahl und nach der Zahl bearbeiten. Das heißt, da könnten wir jetzt zum Beispiel sagen, dass vor meiner Zahl einfach immer noch Punkt stehen soll. Also Punkt 1, Punkt 2 und so weiter, wenn man das haben möchte. Und ihr könntet als Suffix nicht nur den Punkt noch dahinter machen, sondern den könntet ihr auch wegmachen in dem Fall. Aber ihr könntet zum Beispiel einfach noch zwei Hashtag-Zeichen einfügen oder jedes andere Zeichen, was ihr hier reinschreiben wollt. Wenn ihr dann auf OK klickt, wird das einfach auf jeden Punkt angewendet. Und wir sehen jetzt, überall steht davor Punkt, dann die Zahl und zwei Hashtags. Und wenn ich jetzt hier einen neuen Punkt einfüge, dann steht hier auch Punkt 16 und die zwei Hashtags. Also finde ich richtig cool. Einziger Punkt, der jetzt hier noch offen ist, ist, dass zwischen Punkt und der Zahl kein Leerzeichen ist. Aber auch das ist kein Problem. Gehen wir einfach wieder auf die Listenformate und sagen Präfix und Suffix bearbeiten. Und hinter das Wort Punkt setze ich einfach noch ein Leerzeichen und schon sieht das Ganze viel besser aus. Das Ganze mache ich jetzt auch noch einmal rückgängig. Ich stelle aber wieder die Zahlen ein und gehe nochmal auf die Aufzählungszeichen und Nummerierung und nicht auf die Präfixe und Suffixe, sondern wir könnten auch einfach sagen, dass wir hier zum Beispiel zwischen 4 und 5 einfach noch eine Leerzeile machen, als wäre das dann eine neue Liste. Dann gehen wir hier auf Punkt 5, auf Format, wieder Listenformate und können hier dann noch den Punkt Nummerierung neu starten auswählen. Und wir könnten dann sagen, dass das Ganze hier wieder bei 1 neu starten soll. Also das heißt, wir können hier auf OK klicken und schon haben wir die Liste, die dann wieder bei 1 neu startet. Das ist auf jeden Fall auch relativ cool. Das Ganze funktioniert natürlich nicht nur für die 1, sondern ihr könnt da jede andere Zahl eintragen. Das heißt, wenn ich hier jetzt 10 eintrage, könnte ich auch einfach mit 10 anfangen. Aber ich glaube, ich hatte den falschen Punkt ausgewählt. Ich muss nochmal zurück auf die 5 und dann Nummerierung neu starten. Wenn ich jetzt hier nicht 5 sage, sondern 10, dann geht das Ganze hier bei 10 los und zählt dann eben weiter bis 20. Aber was ihr auch machen könnt, ist, dass ihr das Ganze mit der Liste vorher verknüpft. Das heißt, wir gehen auf die Listenformate und sagen, vorherige Nummerierung fortsetzen. Dann wird das Ganze hier eben mit 5 fortgesetzt. Und wenn ich jetzt hier zwischen 3 und 4 noch einen Punkt einfüge oder zwei Punkte einfüge, die ich einfach Test nenne, sehen wir, dass der Punkt 5 dann auch automatisch richtig mit 7 fortgeführt wird. Und das ist, wie ich finde, auch wieder eine ziemlich coole Funktion. So könnt ihr eben diese Listen sehr individuell gestalten. Da gibt es wirklich viele Möglichkeiten. Also wenn ihr da diverse Zeichen verwenden wollt, die ja einfach standardmäßig nicht direkt auswählbar sind, hier über Google Docs könnt ihr das immer noch detaillierter bearbeiten. Und das finde ich echt cool und zeigt einfach wieder, wie vielfältig Google Docs ist. Ansonsten war es das dann jetzt auch mit dem Tutorial und ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Hast du eine Frage oder Vorschläge, schreib es in die Kommentare. Like das Video, wenn es dir gefallen hat und abonniere meinen Kanal, damit du keine neuen Tutorials mehr verpasst. Jeden Dienstag und Donnerstag um 10 Uhr kommt ein neues Video online. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Bleib gesund. Und ciao.